Hallo Freunde der Füße, heute geht es um Hornhaut, genauer gesagt um Hyperkeratose. Die Verhornung an der Haut kann unterteilt werden in trockene Haut, der Xerothermie, Hornhaut, Hyperkeratose, Schrunden, Hühneraugen und Hypokeratose. Die Hornhaut kann überall am Körper entstehen, da es eine Schutzreaktion ist auf Reibung, Druck oder Belastung. Manche Verhornungsstörungen sind auch angeboren. Am häufigsten ist die Verhornung an Handflächen und Fußsohlen, wo sich die Leistenhaut befindet. Die Leistenhaut besitzt Schweißdrüsen, aber keine Talgdrüsen oder apokrine Duftdrüsen oder Haare. Die restlichen 94% der Körperhaut heißen Felderhaut. Diese haben Haare, Duftdrüsen, Talgdrüsen und Schweißdrüsen. Nicht jede trockene Stelle an der Ferse oder an der Fußsohle ist wirklich Hornhaut. Manchmal ist es wirklich nur trockene Haut, die auch Xerothermie genannt wird. Diese kann man alleine mit Cremen wieder in den Griff bekommen. Da muss man diese trockene Haut nicht weiter mit Skalpell oder irgendwelchen Reiben behandeln. Alleine eincremen hilft er oft schon. Die Hornhaut entsteht dort, wo der Körper viel Belastung, Reibung oder Druck abbekommt. Denn der Körper möchte die darunterliegenden Strukturen wie Bänder, Sehnen, Muskeln und Knochen schützen. Das ist normalerweise ein sehr guter Mechanismus, da der Körper ja immer bestrebt ist, seine Strukturen zu schützen. Aber hier haben wir leider einen Teufelskreis. Denn umso mehr Hornhaut aufgebaut wird, umso mehr drückt das Ganze auch die unteren Strukturen. Und der Körper sagt, oh mein Gott, das drückt, da muss ich jetzt weiter aufbauen. Und durch dieses weitere Aufbauen können Schrunden, Ragaden und Hühneraugen entstehen. Und natürlich auch die klassischen Druckstellen. Die Hornhaut kann auch von alleine wieder weniger werden, wenn jetzt die Belastung, die Reibung, also der auslösende Faktor wegfällt. Wie zum Beispiel bei einem Gitarrenspieler, der aufhört Gitarre zu spielen und der Verhornungen an den Fingerkuppen hat. Und wenn er das beendet, gehen diese Verhornungen auch wieder weg. Genauso wenn Personen viel auf den Beinen sind und plötzlich dann nicht mehr so aktiv sind. Auch da geht die Hornhaut wieder zurück. Bei Personen, die viel Gewicht verlieren, ist das auch möglich. Wie schon erwähnt, wenn zu viel Hornhaut da ist, kann sie spröde und rissig werden. Diese Ragaden oder Fissuren sind meist an der Ferse und die können wirklich so tief gehen, dass das Ganze auch zu bluten beginnt. Und natürlich auch Schmerzen verursacht. Dadurch ist auch ein erhöhtes Infektionsrisiko, gerade für Diabetiker und Menschen mit geschwächten Immunsystem. Die Hornhautbildung kann durch einige Faktoren begünstigt werden. Zum Beispiel gestörte Hautbarriere, dadurch eine zu trockene Haut, Erkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis, Ichdiosis, Pilzerkrankungen, auch Diabetiker neigen zu trockener, rissiger Haut, zu häufiges Waschen oder Baden, Chemikalien, Fußfehlstellungen, ungeeignetes Schuhwerk und manchmal ist die Verhornungsstörung auch vererbt. Um genauer zu verstehen, wie sich Hornhaut bildet, müssen wir uns die Haut in ihren Schichten auch angucken. Die Haut ist in Schichten aufgebaut, die grobe Einteilung ist Oberhaut, Epidermis, Lederhaut, Dermis, Unterhaut, Subcutis. Die Oberhaut kann unterteilt werden in Hornschicht, Stratum Cornium, in die Glanzschicht, Stratum Lucidum, die Körnerzellschicht, Stratum Granulosum, die Stachelzellschicht, Stratum Spinosum und die Basalschicht, Stratum Basale. Im Stratum Basale, also in der Basalzellschicht, werden die ganzen Zellen neu gebildet. Die Epidelzellen, die wandern dann nach und nach hoch und werden dann nach oben geschoben. Umso weiter die Zellen nach oben steigen, werden sie flacher und reichern sich in ihrem Zytoplasma zunehmend mit Keratin an. Und oben auf dem Stratum Cornium sind dann schließlich die toten Keratozyten. Sie sind kernlos und enthalten auch keine Zellorganellen mehr. Sie sind in einer Matrix von Lipiden und wasserbindenden Feuchtigkeitsfaktoren, den Moisturizing Faktors, eingebettet. Die Keratinisierung ist die Grundlage der Bildung der Hornschicht der Haut sowie der Haare und der Nägel. Als Keratine bezeichnet man eine Gruppe von faserbildenden Strukturproteinen, die der Zelle Stabilität und Form verleihen. Die normale Verhornung bezeichnet man als Orthokeratose. Von ihr abgegrenzt werden die Störungen der Verhornungen, die man als Dyskeratose bezeichnet. Zur Dyskeratosen zählen unter anderem Akantose. Mit ihm bezeichnet man die Verbreiterung des Stratum Spinosum, der Stachelzellschicht. Das ist zum Beispiel bei Psoriasis vulgaris, Lichenruba planus, Verruca vulgaris. Parakeratose ist die zweite Unterteilung. Hier bleiben während der schrittweise Umwandlung der Epithelzellen ausgetrocknetes Zellkernmaterial in der Hornschicht des Stratum corneum erhalten. Gleichzeitig fehlt das Stratum granulosum weitgehend. Die Parakeratose ist mit einer stärkeren Verhornung Hyperkeratose kombiniert und man spricht hier von der Hyperparakeratose. Analog zur Parakeratose beruhen echte Leukonechin auf der gestörten Verhornung der Nagelmatrix. Eine umschriebene oder diffuse Parakeratose ist ein unspezifisches pathologisches Merkmal von vielen Erkrankungen, wie zum Beispiel Psoriasis vulgaris, Eczeme, mehreren Pituriasis-Arten, Lichenruba, Aktinische Keratose, Mykosis fungoides, Verruca vulgaris, Tinea capitis und dem Handfußsyndrom und noch vielen mehr. Jetzt kommen wir zur Hyperkeratose. Die Hyperkeratose ist bei uns in der Podologie die häufigste Verhornungsform. Unter Hyperkeratose versteht man die verstärkte Verhornung des Plattenepithels, also die Verdickung des Stratum corneum. Eine Hyperkeratose, die durch vermehrte mechanische Beanspruchung der Haut entsteht, ist die Schwiele. Im Rahmen von Infektionen der Haut sieht man Hyperkeratosen zum Beispiel bei Verruca vulgaris. Man unterscheidet verschiedene Formen der Hyperkeratose. Die orthokeratotische Hyperkeratose, Verdickung des Stratum corneum bei normaler Verhornung und die parakeratotische Hyperkeratose, Verdickung des Stratum corneum bei gestörter Ausdifferenzierung der Keratinozyten. Die Hyperkeratosen im Allgemeinen können isoliert als Störung auftreten oder als Symptom bzw. Teilsymptom in Rahmen von Hauterkrankungen oder genetischen Defekten. Exogenbedingte Hyperkeratosen entstehen zum Beispiel durch mechanische Beanspruchung, UV-Strahlung, Infektionen. Zu den endogenbedingten Hauterkrankungen mit Hyperkeratose gehören unter anderem Akne, Psoriasis und Ichdiosis. Die Hypokeratose, also wenn es eine Hyper gibt, zu viel Hornhaut, gibt es auch eine Hypokeratose. Das ist zu wenig Hornhaut. Als Hypokeratose bezeichnet man in der Dermatologie eine pathologische Verminderung der Verhornung der Haut. Dabei liegt in der Regel gleichzeitig eine Atrophie der Epidermis vor. Die Hypokeratose tritt beispielsweise bei der senilen Hautatrophie oder bei Kortisontherapien auf. Weitere Verhornungsstörungen sind unter anderem die aktinische Keratose. Die aktinische Keratose ist meistens bei einem invasiven Plattenepithelkarzinom. Dann gibt es noch das seboröische Keratose, zum Beispiel beim Basalzellpapillom. Das ist ein benigner, also ein gutartiger Hauttumor. Des Weiteren gibt es noch die Palmoplantarkeratose. Das ist eine große Gruppe von erworbenen oder heteritären, vererbten Verhornungsstörungen mit Hyperkeratose an Hand- und Fußsohlen als Leibsymptom. Auch Hühneraugen gehören zu den Verhornungsstörungen. Sie werden durch Druck und Reibung ausgelöst. Denn ein Hühnerauge ist immer der Punkt des höchsten Druckes. Wie kriegt man die ganzen Verhornungen wieder los? Ist ja eigentlich ganz einfach. Die Ursache muss bekämpft werden, dann geht auch die Verhornung weg. Zum Beispiel, wenn eine Erkrankung die Verhornung auslöst, sei sie jetzt nicht angeboren, kann man die Erkrankung behandeln. Liegt eine Infektion mit Pilz oder Bakterien vor, müssen diese behandelt werden. Bei Reibung oder Druck sollte geeignetes Schuhwerk oder vielleicht Schuheinlagen oder vielleicht einmal zu einem Orthopäden, damit man die Fußfestellung dann einmal begutachten kann. Barfuß laufen sollte auch von Vorteil sein. Das regelmäßige Entfernen der Hornhaut ist nicht schädlich. Im Gegenteil, es durchbricht den Kreislauf von der Körper, will sich schützen, bildet zu viel Hornhaut. Und dann macht er Schmerzen und dann muss er sich wieder schützen, weil die Hornhaut ja wieder zu viel wird. Natürlich darf man nicht zu viel Hornhaut abtragen. Denn umso mehr ich von der Hornhaut abtrage, also umso tiefer ich gehe, umso schneller kommt sie wieder. Die Pflege der Hornhaut sollte je nach Verhornungskrag gewählt werden. Trockene Haut bis wenig Verhornung 0-10% Urea, Creme oder Schäume, je nachdem. Trockene und viel Hornhaut 10-15% Urea, Schrunden und sehr viel Hornhaut nur 15% Urea-Creme. Und diese Personen sollten auch nachts Packungen mit fettiger Creme machen, damit die Haut schön geschmeidig wird. Ich muss auch dazu sagen, dass Urea-Creme nicht immer die beste Wahl sind. Man muss die Produkte mindestens ein bis zwei Monate mal testen und dann gucken, ob man das gewünschte Ergebnis mit dieser Creme erzielt. Es bringt absolut nichts, wenn ihr eine Creme cremt für eine Woche und sagt, ach das wird nichts und dann nehmt ihr die nächste Creme. Da kann keine Creme werden. Wirklich ein bis zwei Monate eine Creme testen und erst danach eruieren, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden. Und solltet ihr noch immer unschlüssig sein, geht doch einfach zu den Podologen eures Vertrauens und lasst euch dort beraten. Das letzte Video, was ihr gesehen habt, da war die Hornhaut sehr dick und sehr hart. Und da habe ich die Hornhaut mit einem Fräser abgetragen. Normalerweise macht man das mit Skypelt wie in den Vorvideos, aber bei diesem habe ich mich dazu entschieden, das mit dem Fräser abzutragen, weil die Hornhaut so dermaßen hart und fest war. Gut, ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und habt ihr irgendwelche Fragen, einfach unten in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, eure Podologin Andrea. Tschüss.